So, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Wunnen des Backups and Lines. Äh, ne, der Line heißt ja. Genau, wir waren letzte Woche hier und ich bin natürlich wieder richtig schön kapiert. Ähm, ja, und da hab ich festgestellt, ich hab ja eigentlich keine Munition. Oh, fuck. Keine Munition mehr, also nur noch viel für die RPG. Aber ich glaub, damit sich durchzuschlagen, das ist unklug. Also, nehmen wir uns mal einfach hier die AK, aber nicht anstatt der RPG. Ne, das find ich nicht gut. Anstatt der Pistole. Hier, so. Hat hier noch jemand eine AK? Genau, der noch. Doch. Äh, was hat denn eine M4A1? Will ich nicht. Das ist mir irgendwie blöd, so unsympathisch. So, wir müssen jetzt hier hin. Ich weiß gar nicht, was letzte Folge eine Sache war hier, aber auf jeden Fall müssen wir es hier hin. So. Okay, jetzt müssen wir hier nach oben. So, wie viel momentan haben wir jetzt? Ah, 21. Ja, ist okay. Kann man nicht meckern. So, ist hier noch irgendetwas? Komm, wir haben das hier noch nicht umsonst gemacht. Okay, schon mal haben wir das hier umsonst nicht gemacht. So, Leer-Taste-Tür-Eintreten. Mach ich bereit. So, okay. Was zum Geier? Phosphor. Ich schwör's, diese Scheiße will ich nie wieder im Leben sehen. Seht mal. Marken. Von wem? Conrad's Commander. Ich kannte die Männer. Hört mal. Nicht besser als ich, das verspreche ich Ihnen. Wer weiß, dass wir hier sind? Ich konnte sie nicht mitreißen. Da haben sie gemeutert. Dumm an einem Ort wie diesem. Ich werfe Ihnen nichts vor. Sie glaubten, das Richtige zu tun. Aber um die Ordnung aufrecht zu erhalten, war es nötig, ein Exempel zu statuieren. Colonel, ich bin Captain Walker. Captain Walker. Ja, ich erinnere mich an Sie. Es war ein Kabul, oder? Sie haben sich dort bewundernswert geschlagen. Colonel, bitte. Um was geht es hier? Um's überleben, Captain. Schlicht und einfach. Alles hier ist am wanken und droht zusammenzustürzen. Aber das wissen Sie ja schon. Den Rest müssen Sie selbst rausfinden. Willkommen in Dubai, Gentlemen. Also, kommen Sie raus, Captain. Was ist denn los, Walker? Wir lagen falsch. Nicht Radio-Man beherrscht Dubai. Er ist nur ein Lakai. Wie, was? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Okay. Und was jetzt? Wir spielen mit. Fürs Erste. Ja, okay. Ja, hier mal wieder Phosphor. Haben wir jetzt in den letzten Folgen relativ viel Bekanntschaft mitgemacht. Ich denke, wir müssen hier wieder runter. Yep. So, wir sind noch immer drei Seiten. Das dachte ich. Eine sehr kühne Behauptung. Zusagen, Sie kannten mich. Als ich in Kabul unter ihm diente, war er ein Ehrenmann. Weil ich Sie gerettet habe? Ich habe viele Leben gerettet, Captain. Und noch mehr beendet. Ja, schön. Noch in Dubai. Der Sand hat ja alles verschluckt. Wir müssen hier runter. So. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass man auch nicht irgendwie außerhalb laufen kann. Aber naja, gut. Gut. So. Was ist jetzt Sache hier? Okay, ich muss wahrscheinlich wieder vorlaufen. Und hier wird ganz bestimmt keine Schießerei stattfinden. Also, hier hängen wir die Leichen an den... Ich verstehe das alles nicht. Keine Sorge. Da sind Scharfschützen. Kein Grund zur Sorge, Captain. Die Scharfschützen sind nicht für euch. Was soll der Scheiß hier? Das ist Dubai, Captain. Das hier ist mein täglich Brot. Ich habe die Ordnung aufrecht zu erhalten. Ohne Sie wären wir alle schon längst tot. Das ist ein Test. Ja, so ist es. Der Zivilist da rechts hat Wasser gestohlen. Ein Kapitalverbrechen. Der Soldat links hatte den Auftrag, ihn festzunehmen. Das hat er getan. Und dabei die ganze Familie des Mannes umfragt. Fünf unschuldige Menschen sind tot. Nur weil diese zwei Estieren sich nicht beherrschen konnten. Verstehe. Wir sollen entscheiden. Was denn? Lasst uns verschwinden. Lugo hat recht. Lasst uns abhauen. So weit weg wie möglich. Es reicht. Offenbar nicht, denn wir sind noch hier. Sie sind schuldig. Aber was ist Gerechtigkeit? Und wie würden Sie richten? Das ist ein Befehl, Captain. Wer lebt? Wer stirbt? Richten Sie über diese Männer. Oder Sie teilen ihr Schicksal. Das geht nicht, Walker. Ja, nichts wie weg hier. Und wohin? Die haben uns umstellt. Na ja, schön. Wir haben natürlich wieder die Wahl. Das Ding ist, der hier hat seine Vermögen gebracht. Und der hier hat Wasser gestohlen. Ich muss jeden Tag solche Entscheidungen treffen. Warum soll es Ihnen anders gehen? Jetzt halt mal die Fresse. So. Der hat Wasser gestohlen. Was ich verstehen kann. Hier in einer Notkatastrophe. Äh, Notsituation. Das ist doch scheiße. Wir haben keine Wahl, Walker. Und auch keine Zeit mehr. Und der hier. Eine Bewegung. Ein Schritt näher zu Lieutenant Adams. Und der stirbt. Los, richten Sie über diese Männer. Das ist ein Befehl. Alter. Ja, okay. Ich werde den hier richten lassen. Mein Gott, ey. Shit. Ah. Auch nicht, aber die hatten uns am Zingelt. So einen Scheiß machen wir nicht. Ich habe getan, was notwendig war. Ich habe uns am Leben gehalten. Ich will nichts mehr davon hören. Ist das klar? Ja. Äh. Wie soll ich meine IPG nicht mehr? Egal, ich bin ein Fahrmaß. Ähm, ja. Also ich habe den Sedat zu Daten umlegen lassen, weil er fünf Leute von dem Ungepassel, die ganze Familie... Also, die Familie von dem ich weiß nicht, ob sie fünf Leute waren. Äh, ja, der andere hat Wasser gestohlen, was ich hier irgendwie verstehen kann, in der Wüste. Ja. Das ist normal. Und das ist der Grund um meine Entscheidung. Weiter geht's. Oh. Alter, nee, nee, nee. Eine Schieße reinfällt mir, ohne zu sterben. Komm. Ah. Alter. Kann ich nur meine Granate werfen? Das ist... Alter. Was hat er denn jetzt die Waffe hier? Boah, Alter. Scheiße, ey. Alter. Wie kann ich denn... Okay, warte mal. Ich gucke jetzt mal eben, wie man eine Granate wirft. Ich hab's irgendwie voll vergessen jetzt. Weiß gar nicht warum. So, vorwärts bewegen. Ja, ja, ja. Interessiert uns alles nicht. Wenn sie an der Mutter erzählen. Der Kuh gespürt. Ja, 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 ja. Nachkampfteam. Granaten werfen. Kuh. Leute, Kuh. Kuh. Tatsächlich. Oh mein Gott. Jetzt rennt man hier. Der Strichschiss hier. Loll, loll, loll. Ey, komm. Ich will den Laden fangen gar nicht erst an. Geh' ich denn mal da oben. So, geh' noch mal ganz hin. Alter, nein, 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 nein. Okay, da oben ist. Er schießt den, Mr. Er lag' den noch mit. Alter, du wirst ja sofort, wenn du rausgehst, wirst du sofort gekillt. Wird halt angeschossen. So. Ich kann mich hier wechseln. Okay. Ja, okay. Kommt, verkriecht euch am Arsch. Ich hab mich hier nicht verkriegt. Wir kämpfen wie ein Mann. Und den nicht willkommen. Verdammt. Okay, ist ein Sturm. Nee, doch nicht. Sind hier noch Gegner? Da ist noch Gegner. Ja, hier ist ein Tanz. Ach, verdammt. Alter. Oh, oh, oh. Ja, bleib' hier halt stehen. Komm auch nicht. So, ja, spring mal. Ich kann nicht sehen. Die aber auch nicht. Los, komm. Diese Soldaten waren ja schnell. Ich hab' mit. Da bin ich nicht so sicher. Feuer, zweiter. Rücke vor. Suche Schutz. Okay, ich hab' Schutz. Oh, komm. Mach' auf. Geh, da hab' ich Schutz. Was, äh. Das macht mir so Geräusche. Schild. Alter, krass, ey. Naja, solche Situation gibt's ja immer in Dubai. Alter, ich seh' ja. Ohne Scheiß, wenn's ja immer mal. Hier ist er. Alter, ich hab' keine Ahnung, wo hier Gegner sind. Ohne Scheiß. Siehst du was, Adams? Komm. Ja, ja, ja. Ich glaub, ich bleib' hier noch mal endlich warten müssen. Ich glaub, der dann schon legt sich einfach nicht. Ich glaub' ich bin so verratzt. Alter. Finkt euch. Boah, Alter. Ich glaub' wir sind keine Feinde mehr. Einzige Feinde hier ist der Sandsturm. Hier, Unterschlupf. Okay. Okay, wir haben noch keine hier. Komm. Easy going. Nachladen nochmal hier. Guck' denn. Ich seh' hier nix. Komm. So. Nachladen. Hada. Jetzt stimm' der ja so rum. So. Hier noch 50 Meter. Hada. So, was, wo Kanaten ist? Das ist keine Kanata. Das lauert hier. So, kommen sie irgendwie durch. Hier, wo. Alter, man sieht hier fast nix, ey. Fuck. Scheiße. Mann, 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 ey. Ist aber auch krass. Aber geile Idee. Geile Inszenierung auch. Ja, Ru, ich bin jetzt einmal gestorben, glaub' ich. Wenn ich mich jetzt nicht... äh, verzählt habe. Das ist, glaub' ich, in meinem Fall, das ist ganz okay. Alter, ich seh' etwas. Ich kann nicht sehen. Die aber auch nicht loskommen. Weil der wackelt auch noch so dimensional. Ich glaube auch nicht. Das wird dann meine schnell weg. Da wär' ich nicht so sicher. Voll. Weiter. Jetzt auf, mein Feuer zu heim. Trinko erledigt. Brücke voll. So. Ach, hier der Buss. Ja, der Buss. Ja, der Buss. So. Wir brauchen dringend'n Runterschlupf. Oh ja. So, hier. Atadadadadadadadada. So. Ach, nee, ist noch einer. So, jetzt nicht mehr. Wir rücken mal weiter vor. Hoffen wir, das regissen wir nicht. Äh, hier. Sterben Okay, ist noch einer So, hier auch mal Hattet ihr jetzt nicht mehr in Deckung bleiben Erstmal hier die ganzen Leute Die ganzen Wüsten Umbringen So, hier mal rüber Und dann Den hier noch umgekehrt Umgekehrt Ja, 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 umgekehrt Waren es alle? Ich glaube, das waren alle So Ja, 30 Meter Hier ist noch einer Ja, 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 der Feind ist tot Ich glaube, hier nicht rum Ja Ja Seht ihr das? Ich sehe es Los, los Ja Ich weiß, Sie hören zu, Körner Also passen Sie auf Dieser Krieg Ist vorbei Dubai wird evakuiert werden Und sie wird man ihres Kommandos entheben Äh War das geplant? Ich glaube, ich habe gerade eine Cutscene übersprungen Aber ich habe nichts gedrückt Luft ist rein, Walker Dann schnappt euer Zeug und los Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten Von wo er ganz Dubai überschauen konnte Da Der größte Tower Dubais Dahin Ja Ist überhaupt nicht weit weg So Und ich glaube, der ist auch der höchste Drum der Welt Denn wir haben Conrad Wir haben Conrad aufmerksamkeit Was gibt es da zu reden? Ich habe dich noch nie so erlebt Mir fehlt nichts Adams Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können Ihr müsst mir vertrauen Ich traue dir, Walker Ich denke nur, du liegst falsch Ich frage mich gerade War das extra jetzt mit der Zwischensequenz, dass ich einfach so abgebrochen wurde Ich glaube, da hat das Spiel ein bisschen Fehler Ja, gerade Hört sich wie ein Feuergefecht an Da vorne War da nicht schön wieder Das, wenn mich jemand hört Hier ist Riggs Wir werden von der 33. attackiert Brauchen Hilfe Schnell Riggs? Scheiße Gut hat's der 33. gesteckt Das ist unsere Schuld Walker Schnapp dir die RPG Ja, 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 ja Aber ein Schatterwaffe hier Ja, genau Okay, hier einmal hin Schön Alter, hier ist ein scheiß Geschütz Hier ist gar kein Geschütz Wer hier auch seid, danke für die Hilfe Haltet uns, die Kerle vom Leib Da ist ein Rutsch in der Hand Ja, toll Ich bleibe meine RPG Ja, mach das nochmal Ja, leg den mal um hier Okay, ich schalte ihn aus Keine Klaus Da ist Munition irgendwo Da, AK Toll Ja, warte, der will ja Aber Hä, was ist das, wenn er abgegeht Der bin ich ja noch Mein Gott Aber Ja, toll Ich muss sich ja wieder mit meinem Geilen Äh Wir begehen da, mal So, mach den mal weg Ja, komm Go, go Oh Gott, nice Komm, schieß Boah Okay, gut Okay, er ist tot Tod Den, okay Ich gehe auch mal runter Keine Klaus Das ist Munition Na geil Noch mehr Hey, freindvolle Deckung Legt ihn um Hab einen So Jetzt bleiben nachladen Alter, nicht sterben Alter, wie viel hier sind Abknallen Okay, ich halte ihn aus Oh Gott So Mach's Okay, gut Super, super Das ist der letzte Kommt hierher Ja, haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt Da werden die Schnappab Halt mal die Fresse hier Ich will hier Spiel genießen Captain Walker Jeff Riggs Kommen Sie rein Bevor ein Scharfschütze Sie umnietet Schon gut Entschuldigung? Falls ihr's nicht gemerkt habt Wir haben euch eben den Arsch gerettet Ziemlich frech, der junge Captain Er heißt Sergeant Lugo Und er hat Recht Wirklich Also, wo ist Agent Gold? Er hat's nicht geschafft Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig Typischer CIA Bullshit Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie den Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan Not so, Agent Erzählen Sie Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt Da wollten wir hin, als die uns angriffen Mein Job, Captain, ist Mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge Da ist Wasser, der Schlüssel zu aller Scheiße Granate Deckung Ich sehe nichts Bleibt unten Nicht Kontakt Ist es Riggs? Nein, da, Delta Wo steckt dann der alte? Der ist hier Oh verdammter Drecksack Du bist tot Na los, hier kostet mich Zeit So, wenn wir wieder, lass sie auch Immer wieder eine Schießerei Die werden also ein bisschen eintürig Die Schießerei Wir drei, hoch zum Restaurant Ich hole meine Leute da raus So, wenn wir das Dementdeckung Ach Ich steck fest, verdammt Feind ausgesagt Loll Alter Was war das denn? Lade nach Komm, stirb, sag Guck mal Was raucht denn hier? Eine Kranke oder sowas? Vielleicht ist hier keine Gegner mehr Scharf schützen! Ja, genau Lenkt sie für mich ab Ich bin unterwegs Ja, wo denn? Oh, du scheißt mich, ist blind Ich sehe keine Scharf schützen Oh, ach so, das ist Lugo Okay, gut, ich sehe Scharf schützen Wieso kann ich denn nicht? Wieso kann ich denn? Alter, wieso kann ich denn? Alter Alter, ich hab wieder kaum Munition, ey Das regt mich gerade Ich hab ein bisschen Maul Scheiße, ich brauch hier Deckung Alter, ich hab hier scharf schützen, ey Boah, geil Boah, richtig geil verfehlt Ja, schön Scheiße, scheiße, scheiße Alter, geht auch rüber So So So, das ist Adams Alter, kommt aus der Deckung Die sind wir lieber nicht ab Mal, jetzt gehen die alle runter Okay, noch Okay, noch Und nicht der schon wieder, ey Komm Äh, was kann ich noch zu werfen Alter, was soll ich noch machen? Jetzt soll ich, hab ich nicht am Ja, er ist tot So, die Waffe fett ich mal ganz gerne Danke Okay Ja, okay Dann gehen wir in die Küche Wir treffen dich dann da Uah, aber bevor wir uns da treffen Ich bin voll schon wieder vorbei Ich sehe dich gerade auf meiner schönen Tastatur Äh, bevor wir uns da treffen Wieso leuchten da so komisch Gold? Ist das jetzt bei den Simpsons oder was? Naja So, äh Bevor wir uns da treffen Jetzt beende ich die Folge Und ich würde sagen Wir sehen uns in der nächsten Folge Bei dieser schön schwebenden Waffe wieder Wenn es mir da heißt Weck aufs der Line Tschüss Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge